Livia ist gestern nicht nach Hause gekommen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sie reagiert weder auf meine Anrufe noch auf meine Nachrichten. Zum Glück habe ich Gabriel hier bei mir. Ich wüsste nicht, wie ich das ohne ihn durchstehen soll. Hallo, ich bin Elie Nix und das ist der 64. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Falls alles nach Plan läuft, war das gerade tatsächlich das vorletzte Mal, dass ich das als Einstieg gesagt habe. Denn ich möchte, dass der 65. Part der letzte Part dieses Let's Plays wird. Und wie ihr wisst, danach steigen wir gleich direkt mit der Okkult Baby Challenge ein und spielen mit unserer Livia weiter. Im letzten Part ist ja wieder einiges passiert. Unsere Livia war mal wieder so, wie eine Livia eben ist, ist mit ihrem Freund Jonas, also ihrem besten Freund, nach San Sikoya gereist. Dort haben die beiden einen Horrorfilm angeschaut und dann hat sie gedacht, sie schwärmt mal so lange über Vampire, bis es ihm reicht und er abgehauen ist. Und dann hat sie in der Bibliothek tatsächlich auch noch einen waschechten Vampir kennengelernt, sich Hals über Kopf in ihn verknallt und ist dann noch mit ihm in eine Bar gegangen. Und dort sind die beiden jetzt. Und genau dort spielen wir jetzt weiter. Deshalb hätte ich gesagt, ich rede gar nicht lange herum und wir starten direkt in den Part hinein. Und hier sitzen die beiden jetzt an der Bar. Es ist mittlerweile 4 Uhr früh. Emma macht sich sicher schon unglaubliche Sorgen. Und Livia macht aber keine Anstalten heim zu gehen. Stattdessen sitzt sie noch hier mit diesem Vampir an der Bar und flirtet. Und jetzt hat leider die liebe Morgan Fries das Bild gecrashed. Ja, wer ist denn sonst noch da? Niemand, den wir kennen. Also niemand, der uns verpetzen könnte zumindest, glaube ich halt. Wobei ganz ehrlich, ich glaube niemand, der mit Emma oder irgendwem anders aus der Familie Potter befreundet ist, würde sich hier in Forgotten Hollow rumtreiben. Livia ist eben die einzige, die sich denkt, oh Vampire sind einfach so cool. Und dieser Marvin, der ist nicht nur älter, sondern er ist auch übernatürlich und sicher gar nicht gefährlich. Denn Vampire, die sich von Menschenblut ernähren, sind sich ja überhaupt nicht gefährlich. Ja, Livia, ich habe keine Ahnung, was du mit deinem Leben machst. Und tatsächlich hätte ich es vorgeschlagen, sie lädt sich einfach zu ihm nach Hause ein. Also sie ist so, hey, könntest du mir nicht mal dein Zuhause zeigen? Ich war voll gespannt, wie du wohnst und wie so die Särge aussehen, in denen du lebst. Und deshalb reisen sie jetzt zusammen in die Vampirvilla von ihm. Hier haben wir unseren Marvin. Dann kann sie auch gleich seinen Bruder kennenlernen und sich das Haus ein wenig anschauen. Und ich glaube, ich werde Livia aber noch dort lassen. Und wir schauen dann zur Familie Potter nach Hause und werden mal schauen, wie es Emma geht. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie sich wirklich unglaubliche Sorgen macht. Ich weiß jetzt nämlich gar nicht, ob Livia überhaupt schon volljährig ist. Also sie ist ja eine Teenagerin. Ich schätze sie jetzt so auf 17, 18. Ja, genau. Das ist übrigens das Vampire Diaries Haus. Habe ich zufällig in der Galerie gefunden und da habe ich mir gedacht, das passt ja perfekt für die Vampirbrüder. So sieht das Ganze aus. Ich liebe es. Es ist großartig. Und dann könnten sich die beiden einfach mal hier hinsetzen und den Morgen noch miteinander verbringen. Livia ist zwar schon müde, sie hat auch Hunger und sollte sich auch bald duschen. Aber Vampire haben ja nicht solche Bedürfnisse. Deshalb versucht sie vermutlich ihre menschliche Seite ein wenig zu unterdrücken. Ist eigentlich sein Bruder da. An den kann ich mich jetzt nämlich gar nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, der war auch süß. Wer weiß, vielleicht wird es ja wirklich eine Story wie bei Vampire Diaries und sie reißt sich auch noch seinen Bruder auf. Ach egal, ich sehe ihn gerade nicht. Livia bleibt jetzt einfach noch eine Weile hier und wir gehen jetzt zurück zur Hauptfamilie. Der letzte Part ist übrigens noch gar nicht online. Das heißt, ich weiß jetzt noch gar nicht, was ihr von der Storyline mit Livia und Marvin haltet. Aber ich hoffe, es gefällt euch und ich finde, dass es eben auch eine gute Storyline, wie sie auf die falsche Bahn gerät, sich dann eben mit Emma zerstreitet und schlussendlich kann es ja auch sein, dass sie deshalb dann ausziehen wird. Emma fühlt sich momentan gelangweilt. Wegen früher Midlife-Crisis? Lust auf Action? Ähm, das kommt auch mit dem neuen Pack. Wo haben wir das? Äh, wo sehen wir denn das mit der Midlife-Crisis? Ich möchte das sehen. Wieso steht das nirgends? Ich bin sehr verwirrt. Keine Ahnung, wo wir sehen, dass sie in der Midlife-Crisis ist. Sie ist ja noch eine Erwachsene eine Zeit lang. Also tatsächlich noch bis hier. Ja, ich glaube, in Wirklichkeit müssen wir sie jetzt gar nicht früher altern lassen. Dann haben wir auch länger was von ihr. Ich glaube, wir ziehen einfach trotzdem so gegen Sonntag, Montag mal aus mit Livia und Emma hat dann eben noch eine ganze Weile, bis sie zur Seniorin wird. Ist ja nicht zu schlimm. Kinder kann sie eben keine mehr bekommen, aber das passt schon. Ich glaube, acht Kinder reichen. Jetzt fühlt sie sich auch noch kokett. In Wirklichkeit macht sie sich unglaubliche Sorgen wegen Livia. Und ich glaube, sie wird jetzt auch mal mit Gabriel darüber sprechen, denn sie macht sich einfach Sorgen. sie hat keine Ahnung, wo ihre Tochter ist. Deshalb wird sie jetzt einfach mal ihm eine dramatische Geschichte erzählen. Und warum ist eigentlich niemand von euch im Bett? Geht ins Bett, Kinder. Die Erwachsenen müssen sich unterhalten. Und Gabriel und Emma sitzen jetzt hier oben auf der Couch und unterhalten sich eben über alles. Emma ist eben unglaublich überfordert. Gleichzeitig flirtet sie aber auch immer wieder ein bisschen, weil es ist doch Gabriel. Und sie merkt einfach, sie beide sind füreinander bestimmt. Aber unterbewusst macht sie sich eben auch extrem viele Sorgen über Livia. Sie hat keine Ahnung, was sie machen soll. Deshalb werden die beiden jetzt über Ängste reden. Und Emma wird ihm einfach sagen, Gabriel, wenn ich ganz ehrlich bin, ich mache mir unglaubliche Sorgen, bis Livia auf die falsche Bahn gerät. Sie liest immer diese komischen Bücher über über natürliche Dinge. Und ich habe sie schon oft mit ihrem besten Freund reden hören. Und dann redet sie über Vampire und angebliche Meerjungfrauen. Und ich verstehe einfach nicht, wie sie auf diesen ganzen Blödsinn kommt. Und ich habe Angst, dass sie dann irgendwann auch Probleme mit der Polizei deshalb bekommt. Gabriel, was würdest du machen? Und Gabriel sagt jetzt natürlich mal, hast du schon mit ihr drüber geredet? Und dann sagt sie, naja, es ist sehr schwer, weil da wir so eng befreundet sind, habe ich mir gedacht, dass wir auch unter einem Dach wohnen könnten. Sollen wir zusammenziehen? Also Gabriel ist jetzt einen Tag da und ist gleich so, Emma, ich finde, wir sollten zusammenziehen. Ich finde, es passt einfach. Und ich würde dich total gern bei allem unterstützen. Und gemeinsam könnten wir schauen, dass wir Livia wieder auf die richtige Bahn bekommen. Und deshalb sagt Emma, ja, ich denke, das kann unsere Freundschaft nur festigen. Und wir sollten auf jeden Fall zusammenziehen. Und ich finde es großartig, denn ich wollte, dass die beiden in diesem Part zusammenziehen. Aber ich dachte nicht, dass es so einfach geht. Und er bringt auch noch jede Menge Geld mit. Das freut mich natürlich. Wie viel Geld bekommen wir? Ich bin gespannt. 109.000 Simoleons? Oh, wow. Wir sind absolut reich. Ich glaube, wir müssen uns nie wieder um den Garten kümmern. Ist ja auch nichts Schlechtes. Zumindest um Geld müssen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen. Gabriel, wie geht es dir eigentlich? Oh, jetzt haben sie auch eine Stimmung miteinander bekommen. Warum? Was war das für eine Stimmung? Ein Dach, eine Familie. Seit Gabriel und Emma unter einem Dach leben, fühlen sie sich einander näher als je zuvor. Ist das großartig. Und hier sehen wir jetzt auch, dass er mit Daisy gut kompatibel ist. Und okay, mit Kaori, da ist definitiv alles. Ja. Sie haben mittlerweile eine aufgelöste Verlogung. Gabriel fühlt sich auch ein wenig verbittert über die Trennung und Kaori ist zornig. Also die beiden sollten sich, glaube ich, nicht mehr treffen. Ja. Bin schon gespannt, wie das weitergeht. Aber auf jeden Fall steuere ich gerade einfach Gabriel. Gabriel wohnt bei uns und er pinkelt sich gleich an. Oh, ist das toll. Gabriel ist einfach bei uns eingezogen. Und ich glaube, dann könnten die beiden ihre Beziehung schon bald mal offiziell machen. Immerhin wohnt er jetzt bei uns. Was ist denn das? Das sind die Unihausaufgaben. Und Sirius schläft einfach am Küchentisch. Es ist so großartig. Dann ist das jetzt die Seite von Gabriel. Und die beiden können auch mal schlafen. Ähm, Oren, geht's dir gut? Das ist nicht dein Bett. Geh bitte in dein Bett. Hat dich deine Schwester schon wieder so geärgert, dass du einfach abgehauen bist? Ach, ich sag's euch. Die Beziehung zwischen Oren und Flora ist wirklich nicht gut. Flora ist echt nicht lieb zu ihrem kleinen Bruder. Ich bin schon sehr gespannt, wie das weitergeht. Und jetzt haben wir mittlerweile kurz vor neun Uhr Emma und Gabriel waren eben fast die ganze Nacht wach und haben sich Sorgen über Livia gemacht. Können Sie mir vorstellen, dass sie auch mehrmals versucht haben, sie zu erreichen, ihr zu schreiben, sie anzurufen. Aber sie hat eben keine Anstalten gemacht, nach Hause zu kommen. Sie ist eben noch immer bei ihrem Vampire Boy, bei ihrem Marvin, hat die Zeit komplett vergessen oder ist auch komplett ignoriert, weil wir wissen alle, sie hat nicht sonderlich viel Empathie. Ihr ist es ziemlich egal, wie es anderen Menschen geht, wie es Menschen in ihrem Umfeld geht, Menschen, die sie eigentlich gern haben sollte. Was? Sirius wurde von einem Stinktier besprüht? Wieso schon wieder? Das ist doch schon mal passiert. Sirius, was machst du eigentlich so in deinem Leben? Ich verstehe diese Katze nicht ganz. Und irgendwie hat er doch schon wieder was. Flora, steh mal auf und kümmere dich mal um deine Katze. Beruhig ihn mal. Dann kannst du ihn mal streicheln und dann werden wir ihn am besten mal baden. So können wir ihn nicht baden. Ich weiß nicht, warum wir nicht baden können. Rose kann ihn auch nicht baden. Kann man? Oh, ich bin so ein Idiot. Anscheinend kann man Katzen nicht baden. Man kann nur Hunde baden. Wer badet auch in Wirklichkeit seine Katzen? Ich glaube, das macht niemand. Aber Flora fühlt sich jetzt auf jeden Fall unwohl, weil Sirius so stinkt. Das ist echt nicht cool. Können wir dich irgendwie säubern? Ne, wie säubert man denn dann eine stinkende Katze? Gib ihm mal ein Leckerchen. Können wir dich echt nicht baden? Ach, ich verstehe es nicht. Ja, seltsam. Oh mein Gott, Livia ist da. Livia ist nach Hause gekommen und hat sich hier auf das Sofa gelegt. Einfach im Zimmer von Emma. Ich weiß jetzt nicht, was das zu bedeuten hat. Ich deute das jetzt einfach mal so, dass Livia nach Hause gekommen ist, sturzbetrunken war und einfach gedacht hat, ha ha ha, ich lege mich jetzt zu Mama ins Bett. Ich möchte noch mit ihr reden. Ich muss ihr erzählen, dass ich einen Vampir kennengelernt habe. Das würde sie sicher voll nerven. Und deshalb geht sie jetzt zu ihrer Mutter und wird sie jetzt einfach mal verspotten und sagen, Mom, du bist einfach so uncool. Wenn du wüsstest, was ich gestern gemacht habe. Ich hatte so viel Spaß mit Marvin. Marvin ist übrigens schon erwachsen, aber er ist cool im Gegensatz zu dir. Jetzt streiten die beiden und Emma lässt sich das natürlich nicht gefallen. Sie haben jetzt auch direkt eine negative Stimmung miteinander. Wie schnell ging denn das? Schwelender Groll. Emma hegt einen tiefsitzenden Groll gegen Livia. Es ist schwierig, die Vergangenheit zu vergessen oder zu vergeben, was bewirkt, dass sich Emma sehr unwohl in der Nähe von Livia fühlt. Emma hat einfach so eine Stimmung ihrer Tochter gegenüber. Ihrer Tochter. Und weil sich Emma einfach unglaublich enttäuscht fühlt und gerade nicht weiß, wie sie überhaupt damit umgehen soll, wird sie jetzt einmal mit ihr über Hausregeln streiten und einfach sagen, solange du unter meinem Dach wohnst, kannst du das nicht einfach machen. Du musst dich an meine Regeln halten. Du kannst dich die ganze Nacht wegbleiben, nicht Bescheid sagen und dann einfach betrunken um neun am Vormittag bei mir im Zimmer auftauchen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich bin deine Mutter. Und natürlich, Livia ist Livia. Deswegen lässt sie sich das absolut nicht gefallen und sagt sie, ja, Mom, dann lass mich eben ausziehen. Ich möchte eh nicht mehr hier wohnen. Ich interessiere mich nicht für deine Regeln. Ich bin erwachsen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Es interessiert mich nicht, was du zu sagen hast. Dann wird Emma sie jetzt auch nochmal anbrüllen. Sie fühlt sich gerade auch sehr schlecht und wird jetzt auch ihr aktuelles Verhalten maßregeln und wird jetzt streng sein und wird sie anschreien wegen der Ausgangssperre und einfach sagen, Livia, das geht nicht. Du kannst dich nicht einfach so verhalten. Können wir ihr irgendwie auch noch Hausarrest geben? Aktuelles Verhalten maßregeln? Sie schläft einfach schon wieder hier. Was ist eigentlich mit dir? Hier, bestrafen. Wir werden sie wegen Verstoß gegen die Ausgangssperre bestrafen. Gabriel schläft einfach dahinter seelenruhig, aber ich glaube, er hört es unbewusst, denn er denkt an die Polizei und zwar geben wir ihr Hausarrest. Sie darf jetzt einen Tag nicht raus, denn Emma reicht es diesmal wirklich. Und Livia, die ist ja noch immer ziemlich betrunken und war die ganze Nacht wach. Deshalb geht sie jetzt einfach mal schlafen. Nicht hier, sondern tatsächlich in ihr Bett. Aber davor wird sie noch in ihr Tagebuch schreiben und wird in ihr Tagebuch schreiben, dass sie eben diesen Marvin kennengelernt hat und dass er der tollste Sim ist, den sie jemals getroffen hat und dass sie so unglaublich verliebt ist. Nein, Livia, du gehst jetzt nicht schlafen. Du suchst jetzt dein Tagebuch. Das hat sie natürlich sicher vor allen anderen Augen versteckt, damit ja niemand ihrer Geschwister oder ihre Mutter das findet. Und dann wird sie darin ihre Erinnerungen an Marvin wieder aufleben lassen, danach das Tagebuch direkt verstecken und schlafen gehen. Livia, was tust du nur? Aber Emma wird jetzt mal für alle ein Frühstück machen, denn immerhin hat sie noch genug andere Kinder, die hier wohnen und jetzt wohnt auch noch Gabriel da. Oh, wir haben fast keine Zutaten mehr. Aber wir sind jetzt reich. Wisst ihr was? Wir bestellen jetzt einfach jede Menge Zutaten, einfach alles, was wir finden können. Gabriel hat uns reich gemacht und das finden wir schön. Hier, Bestellung aufgeben. Lebensmittellieferung. Wir brauchen natürlich zweimal Ananas, eine Avocado, einen Barsch, warum nicht? Eine Birne. Ich weiß auch nicht warum. Erdbeermilch, grüne Erbsen, Karotten, Kartoffeln, Käse, jede Menge Mehl, Paprika. Ich weiß gar nicht, was man braucht, um was zu kochen. Ich kaufe einfach mal alles, was ich finde. Und Zwiebeln. Sehr gut. Und dann warten wir mal, bis jemand kommt. Was macht sie in der Zwischenzeit? Emma, was tust du? Weint Livia in ihr Tagebuch? Nein. Okay, das hat sich nur so angehört. Ich hoffe übrigens, Raoul bringt jetzt nicht die Lieferung. Das wäre irgendwie awkward. Und unsere Flora, die tanzt hier schon. Aber weißt du was, Flora? Du wirst jetzt hier mal zeichnen. Zeichne einfach mal Leute. Denn ihre Challenge haben wir ja schon abgeschlossen. Ich weiß noch immer nicht, was die Challenge von Orin wird. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht geben wir ihm einfach keine Challenge. Und sein Traum ist es zum Beispiel, nach Sulani zu ziehen. Dann können wir ja sagen, er hat sich beim Urlaub so in Sulani verliebt und möchte ans Meer ziehen. Und deshalb, wenn er dann zum Erwachsenen wird, ziehen wir einfach mit ihm nach Sulani. Und das war sozusagen sein Ziel. Ist jetzt zwar nicht so spannend, aber wir haben nicht mehr wirklich Zeit dafür. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber das ist jetzt einfach so. Also schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gern in die Kommentare. Natürlich auch, weil sie eine andere Idee habt. Aber denkt daran, es muss eine sehr schnelle Idee sein, denn ich möchte das Let's Play im nächsten Part zu Ende bringen. Ach, Emma macht jetzt gebackenes Schokomus. Alles klar, dafür hatten wir anscheinend noch Zutaten. Naja, gut. Passt doch auch. Ist doch ein sehr dekadentes Frühstück. Aber wenn sie möchte, immerhin ist sie jetzt reich. Sie kann machen, was sie will. Die Abschlussprüfung von Rose ist gleich. Das ist nicht gut. Ähm, wir haben auch die Lieferung bekommen. Gabriel, du kannst eigentlich mal aufstehen und kannst die Liefertüte mal auspacken. Rose, wie geht es dir? Ja, eigentlich geht es dir ganz gut. Die ist ja unwohl. Oh, sie hat Nervosität wegen der Prüfung. Ja, um ehrlich zu sein, du hast dich auch nicht so gut vorbereitet. Mach mal deine Hausaufgaben fertig. Irgendwelche hast du noch offen. Nein, doch nicht. Sie hat doch schon alle gemacht. Das steht doch 75 Prozent. Ach so, weil sie sich zu unwohl fühlt. Das ist gar nicht gut. Ja, dann können wir uns jetzt eh nicht weiter darauf vorbereiten. Aber ich bin mir ganz sicher, Rose macht das toll. Sie hat eine Portion gemacht. Emma, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, dann musst du jetzt noch was zum Frühstück machen. Das geht so nicht. Ja, machen wir einfach Fischtacos. Eine Familiengröße. Das klingt doch toll. Also Emma muss als erstes mal ihr Bestreben abschließen. Das haben wir schon fast fertig. Hier müssen wir dann nur noch den Eltern mit Leib und Seele Modus erreichen. Führe mehrere Erziehungsinteraktionen hintereinander aus, wenn du Level 10 der Erziehungsfähigkeit erreicht hast, um den Eltern mit Leib und Seele Modus zu erreichen. Also wir müssen dann einfach noch irgendjemanden erziehen, was nicht so schwer sein sollte, denn ich glaube, Livia und Emma werden noch einige Diskussionen führen. Und dann habe ich es mir noch zum Ziel gesetzt, eben Erziehungslevel maximieren, Kochen und Malerei. Und das haben wir eigentlich alles fertig. Das Einzige, was wir da noch offen haben, ist Flora und Oran zu zeichnen. Aber damit warten wir, denke ich, bis sie zu Teenagern sind. Einfach damit die Bilder von allen Kindern möglichst im Erwachsenenalter sind. Obwohl alle ja schon sehr anders aussehen mittlerweile. Ich meine Ivo und Violet. Oran wünscht sich mit Gabriel anzufreunden. Ist das süß? Und Flora wünscht sich das auch? Livia wünscht sich nichts, weil sie schläft? Genau. Und Emma wünscht sich, dass Gabriel ihr Freund wird. Und ich glaube, das können wir jetzt gleich mal machen. Das wird jetzt nicht so romantisch. Immerhin wohnen die beiden schon zusammen. Deshalb wird sie jetzt einfach mal hingehen, wird ihn küssen. Sie wird jetzt einfach hingehen und sagen, Gabriel, wir beide sind einfach füreinander geschaffen. Wir wohnen jetzt auch schon zusammen. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ist eigentlich zwischen uns? Deshalb wird sie jetzt nochmal flirten. Sie singt ihm jetzt tatsächlich ein Liebeslied. Emma ist aber auch mehr als süß. Können wir ihn jetzt endlich fragen? Wann können wir ihn fragen, ob er unser Freund sein will? Und Emma denkt natürlich an Tächtelmechtel. Wie sollte es anders sein? Die beiden sind einfach so unglaublich verliebt. Es ist so süß. Und jetzt wird sie ihn auch fragen, Gabriel, können wir es eigentlich offiziell machen? Bist du eigentlich offiziell mein Freund? Sind wir zusammen? Und er ist einfach so, Emma, wir leben zusammen. Was sind wir sonst? Und jetzt sind Emma und Gabriel offiziell ein Paar. Das erste Mal tatsächlich seit 20 Jahren. Unglaublich süß. Emma ist soeben die Freundin von Gabriel geworden. Und ich weiß nicht warum, aber Oren weint schon wieder einem Hund nach, den er nie kennengelernt hat. Also Oren macht echt gerade eine schwierige Phase durch. Und er wünscht sich, Fahrrad fahren zu lernen. Ich glaube, Emma und Gabriel haben gesehen, wie schlecht es ihm geht und denken sich jetzt so, ja, wir sollten ihm ein Fahrrad kaufen, um ihn irgendwie davon abzulenken. Und außerdem muss ich mir dringend anschauen, welche Inhalte im neuen Pack waren, weil ich habe absolut keine Ahnung. Oh mein Gott, das ist richtig viel. Es gibt Schlafsäcke. Die brauchen wir auf jeden Fall für unsere Disney Challenge. Also falls das jemand von euch noch nicht mitbekommen hat, weil er nur dieses Let's Play schaut, die Wehrwolf Challenge, die geht bald zu Ende. Also ich glaube, der letzte Part sollte mittlerweile schon online sein. Und danach starte ich eine Disney Legacy Challenge. Um genau zu sein, kombiniere ich dabei die Geschichte der Prinzessin und der Bösewichtin. Und ich freue mich schon unglaublich drauf. Das solltest du, glaube ich, auf keinen Fall verpassen. Fahrräder. Perfekt. Ja, ich hätte gesagt, wir kaufen gleich mal zwei verschiedene Fahrräder. Wir haben einmal dieses hier. Und dann nehmen wir noch einmal dieses. Einfach zwei unterschiedliche. Und dann wird jetzt Gabriel gleich mal hingehen und wird Flora Fahrradfahren beibringen. Ähm, nein, ich möchte eigentlich gern, dass Orrin Fahrradfahren lernt. Wobei zuvor darf er tatsächlich noch frühstücken. Nein, die Katze isst schon wieder unser Essen. Was ist denn das? Rufen wir alle zum Essen. Livia wird gerade angerufen. Von Marvin. Marvin, also der Vampir, den sie gestern kennengelernt hat, ruft sie gerade an und sagt, Hey Livia, ich bin's Marvin. Wie wär's mit einer Verabredung? Und zwar tatsächlich in Sulani. Also es gibt ja dieses Klischee, zumindest in den meisten Filmen und Serien, wo Vampire vorkommen, sind die meistens sehr, sehr reich. Was meistens ganz einfach daran liegt, dass Vampire ja nicht altern. Das heißt, sie haben sehr viel Zeit, sich sehr viel Geld anzuhäufen. Nämlich wahrscheinlich mehrere hundert Jahre. Deshalb kann er sie natürlich einfach anrufen und wird sagen, ich hol dich ab und wir fliegen dann einfach mit meinem Privatjet rüber. Und Livia hat zwar Hausarrest, aber, wie ihr es euch vermutlich schon gedacht habt, es ist ihr komplett egal. Sie steht jetzt einfach auf, hat mit niemandem der Familie geredet und haut einfach ab. Sie macht sich nicht mal die Mühe, irgendwie davon zu schleichen. Wahrscheinlich geht sie einfach raus und schreit, Tschüss, ich komm später wieder oder auch nicht. Und geht mit ihrem Marvin nach Sulani. Oh wow, die arme Emma. Also Emma tut mir hier wirklich leid. Sie hat mir damals bei Violet schon ein bisschen leid getan, weil Violet hat ja schon ihre Grenzen ausgetestet. Aber Livia, die ist wirklich ganz anderes Niveau. Und eigentlich wollte ich ja, dass Flora und Oran jetzt Fahrrad fahren lernen, aber das machen wir später. Dafür haben wir jetzt leider keine Zeit. Denn Livia muss Zeit mit ihrem Boy verbringen. Livia fühlt sich jetzt tatsächlich auch angespannt, weil sie gegen die Strafe verstößt. Ich könnte jede Sekunde erwischt werden. Oh wow, in Wirklichkeit ist ihr das, glaube ich, ein bisschen egal. Aber sie geht jetzt einfach mal hin zu ihrem Boy und wird jetzt einfach mal mit ihm flirten und sagen, oh danke, dass du mich eingeladen hast, Marvin. Das ist so großzügig. Ich freue mich so, dass ich in deiner Nähe sein kann. Oh mein Gott, er ist ja ein Vampir. Er verbrennt ja gleich. Ja gut, der ist halt auch gerade ein bisschen dumm. Wir brechen jetzt die Verabredung ab und reisen wieder nach Forgotten Hollow. Dann können sie Zeit bei ihm zu Hause verbringen. Ich weiß nicht, was das jetzt für ein komischer Flex von ihm war. Hey Livia, gehen wir doch zusammen ans Meer, in die Sonne, damit ich verbrennen kann. Wow, irgendwie wirkt er ein bisschen doof. Aber wir wissen ja alle, auch Livia wird mit verschiedenen Männern ein Kind bekommen. Also wird er vermutlich ohnehin nicht Endgame werden. Und hier sind wir wieder. Geht jetzt ganz schnell rein. Ich möchte nicht, dass er verbrennt. Ich habe noch ein paar Dinge vor mit ihm. Er lebt noch. Wir haben es geschafft. Dann kann Livia jetzt einfach mal auf die Toilette gehen und dann können die beiden hier einfach ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ist sein Bruder schon wieder nicht da? Irgendwie ist sein Bruder nie zu Hause. Keine Ahnung, was der immer macht. Das ist echt seltsam. Und die beiden sitzen jetzt hier unten und Livia geht es eben unfassbar schlecht. Deswegen wird sie sich jetzt noch einmal über Emma beschweren und einfach sagen, ich halte es bei meiner Mutter nicht mehr aus. Ich möchte alleine leben. Es geht einfach nicht mehr. Es ist so nervig. Oh, und hier sitzt auch noch der andere Bruder. Hallo Mirko. Was passiert gerade? Hat sie gerade mit einem anderen Bruder geflirtet? Nein, den mag sie irgendwie gar nicht kehren. Ich weiß auch nicht, was da abgeht. Vielleicht findet Mirko es nicht so cool, dass Marvin einen Sterblichen hier eingeladen hat nach Hause. Weiß ja auch nicht. Vielleicht wird auch Mirko ihr Vampire Boy. Ich habe keine Ahnung. Sie wird ihm jetzt einfach ihre melancholischen Gedanken mitteilen und sagen, ich verstehe euch Vampire einfach so gut. Macht dir keine Sorgen. Ich würde niemals irgendjemandem euer Geheimnis verraten. Ich finde euch beide einfach toll. Also jetzt nicht so toll, aber sie findet sie eben toll, weil sie Vampire sind. Und deshalb wird sie jetzt mal versuchen, ihn kennenzulernen. Aber dann geht sie noch mal zu Marvin und sagt, hey, ich habe es mit deinem Bruder geklärt. Ich glaube, er hat verstanden, dass ich niemals jemandem etwas von euch erzählen würde. Wo ist denn jetzt Marvin hin? Diese Vampire sind mir immer viel zu schnell. Marvin, wo bist du denn? Ähm, es gibt hier einen Keller. What? Naja, dann schwimm doch da mal hin. Ich weiß ja auch nicht, was da gerade abgeht. Das ist so ein cooles Haus. Ich glaube, Livia ist unfassbar beeindruckt. Sie schwimmt jetzt eben hier mit ihm in diesem Pool mit rotem Wasser und versucht sich jetzt langsam wieder ihm anzunähern und einfach ein bisschen Spaß zu machen und ihn wieder ein bisschen zu beeindrucken. Er war ja gerade sehr genervt von ihrem unreifen Verhalten. Und deshalb versucht Livia natürlich so zu tun, als wäre sie in Wirklichkeit schon so reif und erwachsen. Wird ihn jetzt einfach mal über Vampirgeschichte ausfragen und sagen, ich interessiere mich so für eure Geschichte. Was hast du bisher so erlebt? Du musst so ein aufregendes Leben hinter dir haben. Tut mir leid, damit habe ich mich nie befasst. Versuche es mit einer Suche am Computer oder in der Bibliothek. Okay, er kennt sich selber nicht so aus, was Vampirismus betrifft. Vielleicht hat sich doch recht und er ist doch ein bisschen ein doofer Vampir. Ich weiß es nicht genau. Dann können sie grundsätzlich ja mal über Interessen reden. Dann wird sie jemanden parodieren und die Ausgangssperre beginnt bald. Tatsächlich hat Rose sie gerade daran erinnert und sagt, hey, wenn du jetzt echt nicht bald nach Hause kommst, Mom geht es wirklich schlecht wegen dir. Bitte schau, dass du nach Hause kommst. Und daraufhin denkt sich jetzt Livia, dann flirte ich ihn jetzt erst recht an, weil sie ihrer Mutter eben eines ausfischen möchte. Natürlich macht es absolut keinen Sinn, denn Emma möchte für sie nur das Beste. Aber wir alle wissen, wie TeenagerInnen sein können. Und sie möchte diesen älteren Mann beeindrucken, diesen älteren Vampir beeindrucken und irgendwo auch ihre Mutter eins ausfischen. Und deshalb wird sie jetzt wieder bei ihm bleiben und wir gehen wieder zurück zu der Hauptfamilie. Oh mein Gott, Emma tut mir einfach so leid. Aber wir müssen diese Story einfach so spielen, weil sonst macht es keinen Sinn, dass Livia abhaut. Ja, und außerdem brauchen wir ja jede Menge übernatürliche Babys in der nächsten Generation. Und nun sind wir wieder bei Gabriel und Emma und haben tatsächlich eine ähnliche Situation wieder. Die beiden sitzen hier und sorgen sich um Livia. Emma wird mit ihm jetzt einfach drüber sprechen. Du hast gesehen, sie ist einfach rausgestürmt. Sie macht, was sie will. Wer weiß, vielleicht trifft sie sich sogar mit Vampiren. Ich habe ja keine Ahnung, was in ihrem Kopf vor sich geht. Und Gabriel möchte sie jetzt natürlich beruhigen. Er wird sie jetzt einmal massieren. Er möchte sie einfach auf andere Gedanken bringen. Er wird jetzt einmal süße Nichtigkeiten flüstern und einfach sagen, Emma, du bist so ein großartiger Mensch. Du machst das alles einfach toll. Und du wirst auch das mit Livia hinbekommen, weil du schaffst einfach alles. Du bist so eine starke Frau. Und ich habe dich einfach so unfassbar gern. Und gemeinsam werden wir das mit Livia schaffen. Versprochen. Und dann wird er sie jetzt noch einmal küssen. Und dann wird er sagen, Emma, ich weiß, das ist jetzt alles sehr überstürzt. Und ich verstehe auch, wenn es für dich noch zu früh ist. Aber ich möchte einfach immer in deiner Nähe sein. Und ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Du bringst mich immer zum Lachen. Ich habe bei dir das Gefühl, ich kann immer so sein, wie ich bin. Und du bist der einzige Mensch, der mich auch so akzeptiert, wie ich bin. Sie haben jetzt auch noch eine Stimmung miteinander bekommen. Und zwar tiefe Verbundenheit. Also die beiden sind wirklich füreinander geschaffen. Und deshalb wird Gabriel Emma jetzt einen Heiratsantrag machen. Und irgendwo ist das Ganze natürlich ein wenig überstürzt. Aber ihr müsst doch auch daran denken, dass sie eigentlich schon vor 20 Jahren zusammen waren. Und das sagt er jetzt. Und macht ja einen Antrag. Und natürlich sagt Emma ja. Und tatsächlich sind Gabriel Waters und Emma Potter verlobt. Oh mein Gott. Emma ist einfach zum zweiten Mal in ihrem Leben verlobt. Ich hoffe, diese Hochzeit diesmal findet ohne Probleme statt. Die beiden sind jetzt auch schwer verliebt ineinander. Also sie haben sich jetzt endlich getraut, ihre Gefühle füreinander einzugestehen. Jetzt wo beide wissen, wir beide meinen es ernst, wir beide wollen zusammen alt werden. Konnten sie sich das Ganze eingestehen. Und Emma ist jetzt anscheinend auch in der Midlife-Crisis. Emma hat das Gefühl, als ob das Leben einfach nur so vor sich hinplätschern würde. Ein Tag gleich dem anderen und nichts Aufregendes passiert. Vielleicht wird es Zeit für eine Veränderung. Emma, Gabriel ist gerade eingezogen. Ihr seid seit heute zusammen und jetzt verlobt. Ist das nicht genug Veränderung für dich? Aber ich glaube, die beiden werden dann hier jetzt auch noch ein wenig wach bleiben und darauf warten, bis Livia nach Hause kommt. Ich möchte gar nicht wissen, wie die beiden dann streiten werden. Und Oren ist jetzt gerade aufgewacht, weil er einen Albtraum hatte und er geht einfach zu Gabriel. Wie süß ist das? Er geht nicht zu seiner Mutter, sondern er geht zu Gabriel, mit dem er nicht verwandt ist, den er eigentlich gerade erst kennengelernt hat, aber er vertraut ihm schon so sehr. Ich finde es einfach so toll, wie Gabriel sich entwickelt hat. Wenn man daran denkt, als Emma mit den Drehlingen schwanger war, hat er sich nicht wirklich für die Kinder interessiert. Er hat sich überhaupt nicht bemüht. Er hat nichts gemacht. Und jetzt kümmert er sich einfach so liebevoll um die Kleinen. Nicht einfach nur großartig. Gabriel hatte sein erstes Techtelmechtel. Hatten Emma und Gabriel ein Techtelmechtel, während ich nicht da war? Gabriel, mit wem hast du getechtelmechtelt? Ähm, ich weiß nicht, was da gerade abgeht. Ich verstehe es nicht ganz. Keine Ahnung. Aber der soll mal wieder Emma-Gesellschaft leisten oder ihr ein wenig im Haushalt helfen. Livia macht einfach schon wieder das Gleiche. Livia ist einfach schon wieder nach Hause gekommen und hat sich hier auf die Couch bei ihrer Mom gelegt. Emma, it's your turn. Wo schwimmt Emma denn? Okay, Emma muss anscheinend gerade ein wenig abschalten und ist deswegen hier miteinander nach Schwimmen gegangen. Dann muss Gabriel das wohl unternehmen. Gabriel, du wächst jetzt Livia auf. Denn das geht so einfach nicht. Ich weiß nicht, was Livia da schon wieder will. Sie will jetzt ihrer Mom, glaube ich, einfach wirklich unter die Nase reiben. Komplett. Denn warum sollte sie hier sich schon wieder hinlegen? Vor allem im Bikini. Deshalb wird er sie jetzt einfach mal anbrüllen und sich mit ihr drum streiten. Und Emma kommt so schnell wie möglich nach Hause. Vermutlich hat Gabriel Emma geschrieben und gesagt, Livia ist daheim. Komm bitte schnell. Ich weiß nicht, was ich mit dir tun soll. Du weißt, ich kenne mich mit Erziehung nicht so aus. Ich habe nie wirklich Kinder groß gezogen. Er hat, glaube ich, auch Erziehungslevel 1 oder so. Deshalb kann er auch noch kaum etwas machen. Und er versucht, sie jetzt ein wenig zu beruhigen. Und Emma kommt her und wird dann gleich mal mit ihr streiten. Sie wird sie beleidigen und einfach sagen, Livia, wie du dich verhältst, das geht einfach nicht. Dann wird sie sie einfach nach ihrer Phase fragen und einfach sagen, Livia, kannst du mir erklären, was eigentlich gerade los mit dir ist? Ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Es kann doch nicht sein, dass du dich so verhältst. Das geht einfach nicht. Livia erklärt ihrer Mutter jetzt, dass sie wählerisch ist, was das Essen angeht. Aber Emma weiß natürlich, dass da einfach viel mehr dahinter steckt. Und sie versteht nicht, warum ihre Tochter nicht mit ihr reden kann. Sie werden jetzt nochmal über Hausregeln streiten. Und Emma wird sagen, Livia, du hattest Hausarrest. Aber in Wirklichkeit ist Emma halt auch am Ende mit ihrem Latein. Sie hat ihr Hausarrest gegeben. Was mehr kann sie machen? Und jetzt haben wir auch die Benachrichtigung neue Familiendynamik schwierig. Und ich würde da definitiv zustimmen. Die Dynamik zwischen Emma und Livia ist äußerst schwierig. Sie wird es jetzt einfach nochmal versuchen und wird das aktuelle Verhalten maßregeln. Sie wird streng sein. Sie wird sie anschreien wegen der Ausgangssperre. Wir wissen, normalerweise ist Emma nicht so. Sie schreit normal nicht gleich. Aber sie weiß einfach nicht, was sie tun soll. Und deswegen wird sie sie jetzt nochmal bestrafen. Sie hat eben schon Hausarrest. Deshalb bekommt sie jetzt einfach Computerverbot. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Livia wird das Gespräch jetzt einfach beenden und ins Bett gehen und sagen, Mom, ich habe keinen Bock mehr. Das interessiert mich nicht. Ich will ausziehen. Mich interessiert das Ganze nicht. Und Emma konnte ihrer Tochter noch nicht mal von ihrer Verlobung erzählen. Aber ihren anderen Kindern wird sie natürlich davon erzählen. Deshalb wird sie jetzt Ivo eine SMS schicken. Dann noch Daisy und dann natürlich auch noch Violet und unserem Jared natürlich auch. Und den anderen erzählt sie es, sobald sie wach sind. Und im nächsten Part werden wir dann eben die Hochzeit mit Emma und Gabriel feiern. Da freue ich mich wirklich schon sehr drauf. Außerdem feiern wir den Geburtstag mit Flora und Oran. Das heißt, es wird mit Sicherheit ein sehr, sehr langer Part. Und das wird dann, wenn alles nach Plan läuft, auch der letzte Part dieses Let's Plays. Und ich hoffe natürlich, ihr freut euch alle schon so auf die Zukunft mit Livia wie ich. Ich glaube, das wird eine sehr große Herausforderung. Ich bin gespannt, ob sie so bleibt, ob sie irgendwann erwachsen wird, ob sie für immer in dieser rebellischen Phase feststecken wird. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ready für alles, was kommt. Und an dieser Stelle werde ich den Part dann aber auch schon beenden. Und ich hoffe natürlich sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Und an dieser Stelle freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald! Bis bald!